Moin Sportfreunde, in diesem Video lösen wir das Geheimnis, was passiert, wenn ich diesen Ball loslasse. Sensationell! Es geht nämlich um den freien Fall und um die Bewegungsgesetze, mit denen wir den freien Fall mathematisch beschreiben können. Ich liebe ja Basketball. Nur eine Sache, die fällt mir immer ziemlich schwer. Den Ball auf den Finger zu balancieren. Meist schaffe ich es nur für ein paar Sekunden, den Ball auf meiner Fingerspitze zu balancieren und zack, fällt er runter. Aber warum fällt der eigentlich nach unten? Um das zu erklären, werfen wir einen Blick in eine Teildisziplin der Mechanik, die Kinematik. In der Kinematik wird die Bewegung von Körpern beschrieben, also auch, wie dieser Ball runterfällt. Der erste Wissenschaftler, der sich ausgiebig mit der Kinematik und dem freien Fall beschäftigt hat, war Galileo Galilei. Im frühen 17. Jahrhundert wählte Galileo Galilei der Legende nach, den schiefen Turm von Pisa als Schauplatz für seine Fallversuche, um die vorherrschende Meinung von Aristoteles zu widerlegen, dass schwere Körper schneller fallen als leichte. Angeblich hat er gleich mehrere Körper unterschiedlicher Masse, aber mit der gleichen Kugelform vom schiefen Turm von Pisa fallen gelassen und beobachtet, wann und wie sie unten aufkommen. Am Geräusch hat er dann gemerkt, dass sie alle gleichzeitig unten ankommen. Wenn alle Körper gleichzeitig unten ankommen, dann erfahren auch alle Körper die gleiche Beschleunigung nach unten. Und das ist die Erdbeschleunigung klein g. Die beträgt überall auf der Erde mehr oder weniger 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat. In den weiteren Aufgaben werden wir der Einfachheit halber mit 10 Meter pro Sekunde zum Quadrat rechnen. Die Luftreibung macht natürlich alles etwas komplizierter. Wegen ihr kommt eine Feder, die keine Kugel ist, später unten an als eine Metallkugel. Aber die Luftreibung vernachlässigen wir hier. Am besten gucken wir uns den Ball im freien Fall im Modell an. Physiker lieben ja Modelle. Und wie damals bei Galileo fällt der Basketball jetzt auch von einem schiefen Turm. Im Modell befindet sich der Ball auf meinem Finger in Ruhe. Rutscht er mir vom Finger, weil ich die Balance nicht halten kann, dann fällt er zu Boden und wird dabei immer schneller. Um die Bewegung des Balles genauer zu packen, brauchst du ein Koordinatensystem. Es macht Sinn, den Boden und nicht meinen Finger als Ursprungskoordinate zu wählen. Denn von meinem Finger aus bewegt sich der Ball nur nach unten. Wäre mein Finger der Ursprung des Koordinatensystems, würden nachher nur negative Werte rauskommen und diese nicht so schön zum Arbeiten. Den Ursprung legst du also auf den Erdboden. Auf die Hochachse kommt die Y-Koordinate. Weil der Ball einfach schnurgerade nach unten fällt und nicht nach rechts oder links, lohnt es sich nicht, auf die Rechtsachse die X-Koordinate aufzutragen. Da passiert ja nichts. Besser, du trägst die Zeit T auf. Jetzt hast du ein Zeit-Ort-Diagramm. Hier siehst du, wie sich die Y-Koordinate im Verlauf der Zeit ändert. Die Bewegung des Balles können wir jetzt aufzeichnen. Los geht's also bei der Höhe des Turmes und das sind hier 125 Meter. Das ist aber ein schönes Zeit-Ort-Diagramm. An dem Verlauf der Linie kann man auch schon einiges erkennen. Was unser Zeit-Ort-Diagramm aber nicht darstellt, ist, dass der Ball eine Kurve fliegt. Der fällt nämlich immer noch schnurgerade nach unten. Das sieht hier nur so aus, weil auf der Rechtsachse die Zeit T aufgetragen ist. Ganz zu Beginn, bevor der Ball mir vom Finger rutscht, befindet er sich auf der Höhe des Turms bei Y gleich 125 Meter. Dann beginnt er zu fallen und dabei wird er immer schneller. Die Kurve ist zu Beginn erst flach und wird dann immer steiler. Und eine steilere Kurve bedeutet ein schnellerer Ball. Er wird nämlich von der Erde angezogen und nach unten beschleunigt. Nach 5 Sekunden kommt er auf den Boden auf. Hier ist die Y-Koordinate genau gleich 0. Der Basketball erfährt die ganze Zeit eine konstante Beschleunigung nach unten. Der freie Fall ist also eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Um die Bewegung beim freien Fall zu jedem Zeitpunkt genau zu beschreiben, brauchen wir die Bewegungsgesetze. Das erste Gesetz ist das Zeit-Ort-Gesetz. Hier nochmal das TY- oder Zeit-Ort-Diagramm. Aber welche Funktion gehört eigentlich zu dieser Kurve? Mit dem Zeit-Ort-Gesetz des freien Falles willst du zu jedem beliebigen Zeitpunkt T ausrechnen, auf welcher Höhe Y sich der Ball befindet. Für geradlinige Bewegungen auf der X-Achse gibt es eine Zeit-Ort-Funktion für gleichmäßig beschleunigte Bewegungen. X von T ist gleich 1 halb mal A mal T Quadrat plus V0 mal T plus X0. Hier handelt es sich aber nicht um eine Bewegung auf der X-Achse, sondern auf der Y-Achse. Dich interessiert also nicht X von T, sondern die Höhe Y von T. Die Geschwindigkeit am Anfang vom freien Fall ist einfach 0, weil sich nichts bewegt, bevor ich den Ball nicht fallen lasse. Ich kann den Teil V0 mal T also weglassen, weil das E einfach 0 ist. Der Anfangsort X0 ist hier die Anfangshöhe, also H. Und die Beschleunigung, die hier wirkt, ist die Erdbeschleunigung G. Und weil die entgegen der Hochachse nach unten gerichtet ist, kommt hier auch noch ein Minus vor. Also A ist gleich minus G. Die Formel lautet Y von T ist gleich minus 1 halb mal G mal T Quadrat plus H. Mit dieser Formel kann ich auch eine allgemeine Formel für die Fallzeit Tf beim freien Fall herleiten. Dass die Fallzeit eine besondere Zeit ist, machen wir mit dem kleinen f am T deutlich. Der freie Fall ist ja vorbei, wenn der Ball auf den Boden aufkommt. Und weil du vorhin den Ursprung des Koordinatensystems genau auf den Boden gelegt hast, ist das genau der Fall, wenn Y von Tf gleich 0 ist. Dafür muss die Gleichung umgeformt werden. Zuerst rechnest du minus H. Dann teilst du durch minus 1 halb mal G. Macht Tf zum Quadrat ist gleich 2H geteilt durch G. Schnell noch die Wurzel gezogen und das Ergebnis steht, Tf ist gleich die Wurzel aus 2H geteilt durch G. Ich muss also nur wissen, wie hoch der Turm ist und wie stark die Erdbeschleunigung ist und schon weiß ich die Fallzeit. Ein Glück, dass ich mir die Daten vom Turm aufgeschrieben habe. Die Höhe H ist 125 Meter und die Erdbeschleunigung G ist 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Eingesetzt in die Formel für die Fallzeit Tf ergibt sich, Tf ist gleich Wurzel aus 2 mal 125 Meter geteilt durch 10 Meter pro Sekunde Quadrat und das ist gleich 5,0 Sekunden. Der Ball wird wegen der gleichmäßig beschleunigten Bewegung während seines freien Falles immer schneller, bis er auf den Boden aufprallt. Die Änderung der Geschwindigkeit V kannst du auch in einem Diagramm auftragen. Hier steht jetzt an der Hochachse nicht mehr Y, sondern V. Auf die Rechtsachse packst du weiterhin die Zeit T. Dich interessiert ja, wie sich die Geschwindigkeit im Verlauf der Zeit ändert. In dem Zeitgeschwindigkeit-Diagramm ergibt sich eine Gerade für den freien Fall aus 125 Meter Höhe. Die geht genau im Ursprung los und wandert immer weiter in den negativen Bereich. Die Geschwindigkeit des Balles ist also genau entgegengesetzt der Orientierung der Hochachse. Die negativen Werte heißen also, hier fällt der Ball nach unten und da es sich hier um eine Gerade handelt und nicht etwa um eine Kurve, bedeutet das, dass die Geschwindigkeit jede Sekunde um den gleichen Betrag zunimmt. Mit dem zweiten Bewegungsgesetz willst du die Geschwindigkeit V zu jedem Zeitpunkt T berechnen. Das ist das Zeitgeschwindigkeit-Gesetz des freien Falles. Für horizontale, gleichmäßig beschleunigte Bewegung gibt es die Formel für die Geschwindigkeit V. V von T ist gleich A mal T plus V0. Die Anfangsgeschwindigkeit V0 ist aber gleich 0. Und die Beschleunigung, die hier am Werk ist, ist die Erdbeschleunigung G. A ist gleich minus G. Das Minus vor der Erdbeschleunigung kommt von der Wahl des Koordinatensystems. Die Hochachse ist ja nach oben orientiert. Die Erdbeschleunigung wirkt genau in die andere Richtung. Daher das Minus. Das Zeitgeschwindigkeit-Gesetz lautet also V von T ist gleich minus G mal T. Damit kannst du direkt ausrechnen, wie schnell der Ball beim Aufprall ist. Die Fallzeit TF hast du eben schon berechnet. Das waren 5 Sekunden und die Erdbeschleunigung ist 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Eingesetzt ergibt das eine Auftreffgeschwindigkeit von minus 50 Meter pro Sekunde. Mit diesen beiden Bewegungsgesetzen kannst du den freien Fall komplett mathematisch beschreiben. Damit du aber auch heute Nacht vom freien Fall träumst, schauen wir uns jetzt nochmal beide Diagramme gleichzeitig an. Links das Zeit-Ort-Diagramm und rechts das Zeit-Geschwindigkeit-Diagramm. Beide Kurven starten bei T gleich 0. Links hat sich der Ball noch nicht bewegt. Er befindet sich also bei Y gleich 125 Meter. Das Geschwindigkeitsdiagramm startet im Nullpunkt. Klar, wo keine Bewegung, da auch keine Geschwindigkeit. Anders sieht es nach einer Sekunde aus. Der Ball ist links schon einige Meter gefallen. Er befindet sich in einer Höhe von ungefähr 120 Metern. Rechts kannst du die Geschwindigkeit ablesen. Minus 10 Meter pro Sekunde. Du lässt noch 3 Sekunden vergehen. Nach 4 Sekunden ist der Ball links nur noch bei Y gleich 45 Metern. Die Geschwindigkeit liegt bei etwa 40 Metern pro Sekunde. Die Geschwindigkeit nimmt also jede Sekunde um 10 Meter pro Sekunde zu. Deswegen ergibt sich hier rechts eine Gerade. Der Ball knallt nach 5 Sekunden mit satten 50 Metern pro Sekunde auf den Boden. Das sind übrigens 180 kmh. Und damit sind wir auf den Boden des freien Falls angekommen. Falls du für deinen freien Fall noch einen Fallschirm brauchst, kommt hier jetzt noch der ausführliche Spickzettel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020